Hi, ich bin Viktoria und ich studiere Physik an der Uni Kassel und in dieser Videoreihe wollen wir euch ein bisschen was über das Studium hier erzählen und das Ganze eben zu unterschiedlichen Fragestellungen. Aber ich würde sagen, wir fangen erst mal mit der wichtigsten Frage an, warum sollte man überhaupt Physik studieren? Und aus meiner Sicht, finde ich, lohnt sich ein Physikstudium, weil man jede Menge Dinge lernt, besser zu verstehen. Und das können aber auch zum Beispiel Sachen sein, die man aus dem Physikunterricht kennt, aber auch vor allem alltägliche Phänomene, wenn man sich eben fragt, warum sieht der Himmel eigentlich blau aus oder warum sehen andere Dinge in anderen Farben aus? Fragen, die einem viele Leute nicht direkt erklären können. Und wenn man da neugierig ist, kann man im Studium da auch viel mehr lernen. Und auch vor allem, man kriegt da Fragen beantwortet, von denen man vorher noch gar nicht wusste, dass man die wissen möchte, was ich ganz cool finde. Ein wichtiger Teil im Studium ist auf jeden Fall, dass diese ganzen Dinge mit in der Sprache der Mathematik beschrieben werden. Man lernt die Mathematik nochmal vom Grund auf in der Uni, also die Logik, die dahinter steckt. Und der spannendste Teil ist dann wirklich, wenn man das benutzt, um die Physik, also diese Phänomene in der Natur zu beschreiben. Ich würde sagen, die wichtigste Voraussetzung für das Studium ist wirklich Spaß und Interesse an Dingen zu haben und vor allem an Neuem zu lernen und vielleicht auch Spaß daran zu haben, komplexe Probleme zu lösen. Bei mir hat es so angefangen, dass ich Physik wegen der Mathematik studiert habe, weil ich es interessant fand, dass man diese Logik der Mathematik dafür verwenden kann, um die Natur zu beschreiben. Ich habe es mir aber, wenn ich ehrlich bin, nicht vor dem Studium zugetraut, Physik zu studieren, habe es aber dann doch probiert. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der die Möglichkeit dazu hat, es auszuprobieren und sich mehr zuzutrauen. Und das ist wirklich auch eines der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Studium bei mir gewesen, dass viel mehr geht, als was ich mir vorher zugetraut hätte.